Okay. Ah, du hast gestartet. Also wieder eine Runde Tabletop Racing. Alles klar. Alles klar. Arme nach Köln. Weil es ja so schön war, die letzte Runde. Ich glaube, das ist die gleiche Strecke wie davor. Oh mein Gott. Ich kann noch keinen Turbo Boosten. Ich auch nicht. Ich habe so das Gefühl, es gibt nur einen Track. Oh, die Eisnüffel kaputt. Hast du die Eisnüffel rissen? Nein, warum sollte ich, Mann? Oh, weil das ist ein Geheimweg freischalten. Halt dein Maul. Oh fuck, ich dachte, die scheiß Bumme erwischt ich. Was ein Essliga-Penner. Hä? Ach, du bist am Ende noch gesprungen. Ja, du hast nicht geschafft. Ja, das hat nicht gezählt. Warum hat das nicht gezählt? Ich bin hochgekommen. Das lügt doch nicht. Ich lüge nicht. Woher wollen die das wissen? Ja, ich glaube, das ist verboten in der... Öl? 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 Äh, die Strecke ist irgendwie voll kurz. Kann das sein? Wie denn, Pich? Ja, das nackt mich auch gerade. Das bleibt mal stehen, warte mal. Bist du direkt hinter mir, oder was? Nee, übelst weit weg. Guck doch mal. Wie der aber echt wartet, der Pender. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, was? Ja! Und ich brenne einfach. Und ich brenne einfach. Bin ich kurz schon. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja, ich brenne einfach, äh, 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 äh. Gibt's eigentlich immer Vollgas? Oh, du hast keine Beugendinger mehr drin? Ah doch, hast du nicht, Loll. Loll, was war das, ey? Nein, ich häng fest, warte mal. Halt, stopp, warte mal. Du musst herausfinden, wie man da hochkommt. Hm. 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 Oh, ich hab irgendwas. Ja, was? So ne Nuke? Ach, hör, 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 hör. Okay, man hat halt grad kein Wort verstanden. Nein, Mann, Mann, Mann! Punkt, ach, der Sprung ist noch auf Cooldown. Laber doch nicht. Ich glaub, du musst nicht oben abschießen, ne. Ich bin nicht der Erste, oder? Hm? Ich bin nicht der Erste, eigentlich. Hm, hm. als Sob, ey. Aber irgendwie fehlt dem Spiel noch etwas mehr Action für mich. Vielleicht brauchen wir mehr Leute. So, jetzt hol ich mir die Münze, pass auf, ey. Oh, 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 oh. Fast. Hey, bist du vor mir? Ne. Was? Du bist nicht vor... Ne, ich bin für sie eins. Hey, ich bin grad am... Überrunde ich dich gleich. Ja, ich verstehe nicht, warum. diese abkürzung gefahren bist du sicher ja eigentlich schon vielleicht rückwärts gefahren wieder die strecke oder noch mal ein schwerer über abkürzung sicher ich glaube du musst da hoch also ich bin fast hochgesprungen ich sag's dir ich habe sogar am ende noch ein bisschen gewartet ich habe 50.000 boden so gerade gekriegt warum weil ich so eine münze eingesammelt habe wo war die im geheimgang ich habe das weggesprengt und dann bin ich schon bin ich da rausgekommen wo man nur noch zu tot zu springen richtig verarsche alter der sagt halt nix ja war abkürzung eigentlich ja war echt abkürzung ja dein Maul ey richtiger Ego freunde ja hat doch nichts gebracht abkürzung warum soll ich dir erzählen ja die münze vielleicht wäre doch nicht schlecht gewesen du weißt Geld ich habe das alles probiert ich versuch's dauernd bei leute eines geradeaus durchgefahren kann es sein was ich hab mir aktivt ich bin ja auch man kann mit auch was ich hab mit sie gefunden wo vorrat ich nicht vorrat ich nicht 10.000 oder hochschiedig ich bin dabei drauf ja öfters drei versuche oder so gebrochen knapp schiebt wieder raketen auf und wie geil war das denn die war irgendwo hier die münze nein oh shit oh fuck ich fahr falsche richtung oh mein gott oh fuck oh ich hab bereits die suche gebracht leil jetzt will ich die ganze Zeit für geheimwege finden jetzt bin ich letzter wo warte mal auf mich typisch warte mal auf mich man mal jetzt habe ich wieder raketen eh nicht hätte ich vielleicht ne idee aber ich hab brauchen aber ich hab noch nicht zu sehen dass man wegschießen kann vielleicht kann man nicht am stopp wär ich auch nicht euch hab keinen weit gefunden ja den kenn ich schon aber am startp auch die kräfte schon und sagt einfach nichts weil er hatte die letzte runde können gesagt man liegt doch nicht so so weil ich habe startbeflecken und ich brunde den einen schon fast irgendwie auch gleich mit mir für münchen gesucht hat das ist hier hallo nur wo es war die nur nuka kohle nur 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 okay vorbei besuchts noch zu schaffen und schaffst es noch vor neuerkunden mit mehreren und verletzt dass der werber im 20.000 Eklund in der Bauchkontrolle macht 40.000 gestützt wie viel Geld hat nun genannte Prozent 35.000 mit 100.000 bestimmt schon weil die ganze Zeit müssen sammelt hast und was zu sagen ist die Kameradenschwein wir haben die Kugeln die hat immer nur so nebenher Ich hab 150.000 Oh, was ein Wichser Ich hab mit 35.000 angefangen, wo wir gespielt haben Okay, mhm, geil Nett Ich hab glaub ich nochmal einen geilen Weg gefunden Hier heb dir eine Raketen auf, du bist doch vorher in dem Level unten wo dagegen gefahren Ja, glaub schon Da kann man unten was wegschießen In dem Level kann man ein bisschen was abschießen Und da ist, dein Go musst du auch dagegen fahren, hast du gesehen gerade Bei Go? Ich hab die Kreissäge gesehen, ich dachte man soll rüber schreien Ja genau, da ist ein Schalter, wo Go steht Ich muss gleich dagegen fahren Okay, Mafia schug dagegen und ich fahr dann durch, oder? Oh fuck, ich hab vergessen wieder Gucken ob man Oh mein Gott, wo rechts rein? Da wo er reingefahren ist Von gleich, wo er reingefahren ist Ich hab's nicht gebrochen Ich hab's nicht gebrochen Du bist du dagegen Ach da, die äh, die Schachtel da, die Streichholzschachtel Muss die Motorräge, muss die Motorräge Die kommt glaub ich gleich nun wieder im ziel und von poms oder war ich doch noch was ich wollte da reinfahren ja ich hab raketen ja ich hab auch irgendjemand visiert mich an wahrscheinlich aber wo ist die scheiß kreissäge mann hier guck mal hast du aufgeschossen aufgeschossen ich hab den einen jahr aufgeschossen ich auch also die greifwege aufgenommen ja aber keine münze ich bin hinter dir wie keine münze was war da drinnen nicht nur zwei so fragezeichen lol du wichser ja lol ich musste platz kriegen damit ich ja tätig nicht oder war das einfach was aufschießen am start oh ja mann hast recht kann ich jetzt endlich reinfahren hier ist doch gar keine münze du wichser ja ich dachte da werden wir haben das direkt bei der greifwege war es keine war keine mit der rakete für die ziel gerade hier oh das hier oh nein nein ich bin über die münze geflogen ich glaube es nicht warte warte lass mich vor ich hab noch die rakete für die start gelegt hat ich lass dich auch gewinnen ok ich hab auch ok day wo steht sie gerade oh fuck oh fuck oder war ne münze tatsache oh mein gott oh mein gott ich steck hier oben fest ja aber das war nur eine abkürzung da ist noch meine münze die münze ist ich habe noch mal eine gefunden wo und zwar da wo die schachtel war die streichholt schachtel wenn du aus der höhle rauskommst einfach links ja so eine kante vor mir ja hast du geholt du wichser du wichser warte vorken warte hat ein fucking ernst das sind diese scheißbomben ich fahr direkt in die bomben rein und der wichser hinter mir rammt mich komplett und ich fliege erstmal aber nicht kein scheiß richtiger 0 war am füßen mit einem punkt deswegen bei der motorzwege war safe keine münze ja ich habe echt keine gesehen ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre auch könnte aber gern noch mal schauen du musst es aber abschießen den go den go button ich dachte man könnte dagegen fahren aber bringt nix hast du schon so versucht wie bei mario kart mit dem super start du wichser kleine randse alter da ist doch die münze mann oh mein gott ja ich kann jetzt nicht mehr springen wegen die ja mann dafür nun für kummer wo 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 ist die münze neben dem roboter mann nein da ist keine joden richtig verarscht hat er mich johann kaputt war und er kommt zeigt mir doch mal was ist die münze die die münze ich zeig dir auch gleich ich zeig dir auch gleich nein ich zeig dir auch gleich richtiger zigeunäu äh sind hier und roma ok da ist wieder eine münze hier ist die münze mann hier ich habe eine münze gefunden da noch eine münze warte ich warte da oh ich hab's geschafft der nido hat so viele münze gefunden wo ist hier eine münze ich sehe keine münze wo rechts hier ob du mich verarschen hast du dich gefragt hier da ist bei mir keine münze die flächen eingesammelt keine ahnung wo waren es deine ganzen münzen die ich freuen da hinter der einen kassette in der kurve in welche kurve ziemlich weit am anfang kann ich dir zeigen oder am ende du musst da entweder fährst du gegen die kassette kannst du guck hier hinter der kassette hier oh man kann einfach die kassette kaputt fahren oder umfahren ich habe die kassette umgefahren so eine rote kassette die liegt jetzt auf dem boden da liegen bomben oder ja genau bei den bomben müsste die die münze sein da war aber nur eine münze ja und dann da links hoch springen hoch springen oder ja du musst über die brücke springen da wo ich aus reflexen hingefrungen ach da hin links ja man ja ich so grad nur weil ich hab grad raketen ich hab auch gefunden aber was das hier geht da oh ich glaube ich hab wieder was gefunden ja komm her definitiv ja 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 hab ich noch mal minze gefunden du musst warte bei der krassen kurve hier warte siehst du mich du musst jetzt geradeaus durch nein fahr zurück fahr zurück fahr zurück fahr zurück fahr zurück und jetzt da über die bande springen auf die auf den lineal was ist da was ist da münze hast du es gesehen ich glaube ich hab es eingesammelt ja und warum bist du wieder zurück gefahren ich bin hier über das ziel raus geschossen ach so aber die da oben an die kommen hier hin welche oben fahr mal zurück dein ernst ja ich komm zurück lol ich kann nicht so weit zurückfahren warte was wo ich kann nicht egal jetzt kannst jetzt kannst du fahren man ich muss nur warten bis mein bunnyhop aufgeladen ist ernsthaft ja richtiger zigeuner für was du bist zigeuner war da jetzt die minze oder nicht dann sind wir eigentlich minzen hä warte auf jeden Fall das rennt ja aber der hat das bisschen du hattest ja über die minze noch boah ich will als 145 bonus minzen bekommen ich auch 145.000 alter ja mein ich doch auch ich habe in einem rennen so viel gemacht ich habe in einem rennen so viel gemacht wie ich in äh wie ich in drei rennen oder äh in zehn rennen äh in zehn rennen wie gut eine runde geht noch aber obwohl ja gut na komm eine runde diesmal machen wir jetzt wirklich hier ja nicht nur das auto kaufen scheiß auf anderes auto die scheiß auf das auto wir sind warum wir die minzen sammeln ist dann noch ein geileres auto zu kriegen ja klar ok ja ich wollte hier ein bisschen competition in das video bringen ja ok competition also hier links hinten ist auch noch eine minze hinter den klötzen ja oh tatsache aber erstmal competition reinbringen haha oh Gott warum und das sagt er mir erst jetzt und die die strecke sind wir vorhin schon gefahren was ein zigeuner erst mal vorsprung holen junge auuuu dein ernst das war dein ziel davon das ist bei dir competition richtiger zigeuner fuck richtiger 31er jungen ich glaube hier in der map haben wir echt alle Münzen haben wir da eigentlich oh shit Alter was ich mir noch hoch nein da oben ist noch eine what the fuck wo yo oh da oben ist auch nochmal eine oh fuck oh fuck oh fuck ok oh mein gott was eine Behinderung ich hab auch noch eine gerade gesehen aber ich weiß nicht wie man da hochkommen soll mal echt so warte mal könnte ich hier vielleicht noch eine Münze drin sein natürlich nicht wohl wie du mich schon fast überholt aber wie könnte man dann denn das hier ein bisschen reinbringen oder kompetent um 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 wie kommt man bitte da oben hin kannst du das nicht erklären ich hab da guck da oben da oben da oben da oben probiere ich jetzt und auch ich bin außerhalb der map Junge ich bin außerhalb der map Junge und wie kommt man da hin und wie kommt man da hin sagt doch mal überholte oder ich will buch haben wir haben kommen jetzt da hoch vielleicht von da oben nach rechts hast du die kreissäge da geguckt und ist da eine münze siehst du kompetition guckt da oben ist noch eine wie soll man da hochkommen wo ja genau da die meine ich dieses doch von der anderen seite aber da kommst du nicht mehr in meiner seite kann hoch springen ja habe ich auch gedacht ist aber nicht so doch klar ich bin jetzt erst mal erst oder bin ich erst vor allem so ich versuche es dort hoch zu springen aber mein bunny hopp ist noch auf cooldown ich bin in der scheiß münze vorbei gefahren und welche verraten ich nicht die in der ziel geraden das ding aufgesprengt wollten mitzuholen barm voll verfehlt und direkt ins ziel geflogen hast du vorher nicht gekriegt oder was du hast nicht mal aufgesprungen war das gerade zu in der runde jetzt und ich führe mit sieben punkten voll geil oder competition haut rein bis zum nächsten mal die kompetition meines lebens oh yeah see ya